Unser Freiland, unser Grund und Boden, entstellt unsere Zukunft. Zukunft? Nicht für jeden. Wir würden gern mit dem Herrn Schneider sprechen. Bist du überhaupt kein echter Polizist? Ach, bin ich nicht. Ihr habt's denn immer nix zu melden. Das sind die Besatzerschweine aus Minga. Vorsicht, Vorsicht. Was sagst du? Wir sind nicht legitimiert. Ich glaub, dass wir schon legitimiert sind. Du bist besser runter. Messer runter, sofort! Der Tatort. Sonntag 2015 im 1. und 21.45 Uhr in One.